Der Kleine hier nimmt mich komplett auseinander. Aber erstmal muss ich euch noch sagen, ob ich ihn hier getunnelt habe. Und ja, die meisten haben richtig geraten. Wenn ich hier heute getunnelt werde, muss ich nach Hause laufen. Und er hier wollte das direkt hinbekommen. Naja, okay, war dann doch eine schnelle Nummer. Aber ungelogen, jetzt kam mein Top-Profi. Oh, er ist gut, er ist gut, Alter. Habt ihr diese schnellen Moves von ihm gesehen? Und mein Tunnel hat er dann sogar auch abgewehrt. Zwei Minuten später ist es dann aber auch passiert. Alle wollten gegen mich ein Tunnel-Battle machen. Ich hab mich dann für diesen kleinen Messi entschieden. Das war die falsche Entscheidung. In meiner Story seht ihr, ob er mich noch getunnelt hat.